Howdy ho! Willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Wir sind auf dem Weg zu Micah und Dutch, die in Annisburg hier irgendwo rumgammeln. Wo weiß ich noch nicht, aber das werden wir glaube ich gleich herausfinden. Ich binde erstmal Mathilde an und dann geht's los hier. Dann gucken wir mal wo die beiden sind. Wo die sich hier aufhalten. Irgendwo müssen sie an uns... Nein. Was you followed? Ich habe gesagt, nein! Okay. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem, Partner? Du, äh, du bist so gut. Was ist falsch mit dir? Nichts falsch mit mir. Ich bin fit als ein Fiddle. Und ich bin in dir, nicht? Ich bin nur ein Realist, Freund. Micah denkt, dass es ein Rat ist. Oh, er ist. Auf welchen Beinemann? Er ist nur ein Moment zurück. Pinkertons show up. Wir sind auf den Weg, seit ihr zwei Böge ging in Blackwater. Wir haben gar nicht mit unseren Leben in Saint-Denis. Jetzt haben wir einen Rat. Well, Molly hat sicherlich gesprochen, aber wer noch? Vielleicht haben wir die Dinge zu schwer. Vielleicht ist es Zeit für die Leute wie uns, wie wir, ist es vorbei. Wir brauchen einen Rat. Wir haben einen Räumen, als die Stadt verletzt. Und sie wissen, wer wir sind, wo wir sind und was wir machen. Der Weg ich sehe, das beste was wir können, ist, dass die Woche gehen. Wir gehen, wir haben Geld, und beginnen. Das ist nicht passiert. Ja, etwas muss passieren, und schnell. Insofern, Cornwall, die Pinkertons, sie haben uns hier geholfen. Und keine von ihnen stoppen. Ja, Cornwall ist warum wir hier sind. Können wir, Dutch? Ja, es ist Zeit, wir gehen. Wir gehen nach dem Meer. Oh, leave Cornwall alone. Er ist nicht. Wir brauchen Geld. Aber Revenge? Jetzt? Natürlich ist es für Geld. Komm schon, Arthur. Ich glaube, es geht eher um etwas anderes, als um Höflichkeit und Geld. Also, was werden wir ihm sagen, was muss gesagt werden? Er hat uns schon seit Valentin. Er ist der Grund, dass Hosea getötet wurde. Sein Zucker-Business ist zerstört die Leute von Guarma. Diese Stadt, Arthur, ist seine Stadt. Er hat es nur um diese Leute zu zerstören. Sein Zucker. Sein Öl. Sein Law. Das sind Fehler, das du nicht verletzt hast, Dutch. Wir wollen Menschen. Wir wollen Menschen. So, warum hast du für John gegen meine Wünsche? Ich wollte ihn nicht verletzt. Ich wollte ihn nicht verletzt. Neither habe ich. Wir werden ein Verletzt, Arthur. Was bist du? Wir wollen raus. Und Cornwall will uns zu stoppen robben. Und wir wissen alle, dass seine Geld ist, was die Pinkertons auf unsere Hände. Er ist Amerika, Arthur. Und ich will raus. Und er? Er wird uns nicht verletzt. Es wird viel Sinn, Dutch. Es wird, son. Es wird. Es wird. Es wird. Es wird. Es wird. Und dann sind wir weg. Mhm. Klappt bestimmt. Ich sehe das schon. Wird super. Aber. Ja. Mach ich doch. Malvina. 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 Und du zerstörst alles in deinem Weg. Ich habe gerade genug gehört. Ich sage dir was. Du, gib mir dieses Land, 10.000 Dollar und ein sicherer Passage aus hier. Ich lasse dich leben. Ich werde keine solche Dinge tun. Du bist sicher? Gut. Ich mag es so. Alter, was geht mit dem denn ab, Alter? Oh. Tschüss. Das ist ja nun sehr überraschend, nicht wahr? Alter, ist doch nicht sein scheiß Ernst, Alter. Was ist das für ein Plan gewesen? Ist mal ohne Witz. Ja, das ist nur ein großartiger Plan. Der war super. War echt toll. Das ist gerade ausgelaufen. Ja, war echt gut. Warum kann ich denn hier nicht hochklettern? Oh, geht doch. Alter, ja, ich komme doch. Wenn mich das Spiel mal lassen würde, hier. Ist ja komisch, dass die überall sind, Mensch. Ich hätte ja vielleicht den erst getötet, aber... Ach, ich muss nachwähren. Ach, Papier ist ja geduldig, ne? Ach, da schießt immer noch jemand. Macht da auch mal was. Ach, da schießt immer noch das Ganze. Oh, herrgott. So. Nice. Wo sind die denn? Ach da. Oh. Wo ist er? Natürlich diesmal nicht. Das war super geschickt. War auch sehr clever. Let's head for the hills boys. They're trying to block us off. Go right. Das war ein total cleverer Plan. Ah, die machen das schon. Ich weiß es nicht. Und irgendeiner hat getroffen, denke ich. Hey, 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 hey. Schau an, fellas. They're still coming. Shoot the bastards. Hat er grad mich noch ungeheult, dass wir eventuell die zu uns führen? Was macht es jetzt besser, oder was? Jetzt, vielleicht. Oh, das war's. Oh, das war's. Wir sind immer höher, Morgan. Wir alle wussten, bald oder später, Cornwall hat zu gehen. Let's me see them papers. Es ist mehr attention we don't need. Es fühlt sich wie der ganze Welt auf uns closing in. Dutch, es wird nicht lange bevor sie finden, wo wir jetzt sind. Especially als wir nicht genau hier sind. Wir brauchen nur eine Distraktion. Buy uns ein bisschen Zeit. Es sieht aus, wie Herr Kornwall hat einen Kontakt mit dem Armee verabschiedet. Und sie sind auch mit Dynamite verabschieden, aus den Annesberg Mines zu Sandinie, um zu verabschieden. Und es gibt Bonds in seinem Ölfaktor. Vielleicht gibt es einen Weg, um sie zu uns zurückzettet und zu bekommen, was wir brauchen. Micah, wenn du diese Dynamite schaust, um Bill, ich glaube, Arthur, du gehst, auch. Wir brauchen viel mehr. Und Micah, wir müssen uns sprechen, um ein paar Dinge zu tun. Natürlich, Boss. Was? Der Plan. Getting aus hier. Nothing's changed. Es hat nicht, oder? Es gibt ein altes Haus, links von Van Horn. Tja, irgendwie geht hier was ganz komisches ab. So, was habe ich jetzt? Jetzt habe ich zwei Sachen. Wer ist? Reverend Swanson. Hier ist Micah. Ich befürchte halt, noch eine Sache schaffe ich jetzt nicht, außer es wird dann halt viel länger. Müsste man vielleicht mal gucken. Oh. Okay. Ja gut, komm, dann gehen wir nochmal schnell zum Lager und gucken, was da für ein Brief gekommen ist. Soweit ist der Weg ja zum Glück nicht. Lesen uns den mal eben durch und dann schauen wir mal. Wenn wir, glaube ich, mit Swanson sprechen, gucken, was der will. Uns mit Micah treffen, Dynamit holen. Läuft alles, läuft alles, läuft alles. Was war das? Ich würde vielleicht auch mal so eine Nacht schlafen. Das wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Mal gucken. Ah, Muni, 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 Muni könnte ich auch mal wieder nehmen. Wir haben über 2.300 Dollar und ich habe auch nicht so wenig. Reicht anscheinend nicht. So. Dann, let me look. Brief untersuchen. Okay. Dear Sir, You were once very kind to Beau and myself, and it pains me to ask you to show us further kindness. But I have nowhere else to turn, and nobody else upon whom I can impose. I will, of course, pay you handsomely for your troubles. My family have turned quite mad, and are threatening to send me away, to stop my work, which they say is disgracing them. As if their history of absolute moral depravity, utter debauchery and perpetual drunkenness did not disgrace them enough. I must escape. Yet I am kept prisoner here. Can you help? Most days I am to be found at the cabins on the plantation. The main house and all it stood for are thankfully no more. Yours faithfully, Penelope Braithwaite. Okay, vielleicht helfe ich dir noch. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Das war jetzt auch nur so ein weißer Teil, aber... Oh, Mason. Wobei, die Braithwaite ist natürlich am Arsch der Welt, ne? Na, mal gucken. Vielleicht mache ich das noch. Aber zunächst werden wir, glaube ich, mal eine Runde schlafen. Und dennoch uns in der nächsten Runde... Ich schlafe bis zum nächsten Morgen und uns in der nächsten Runde, in der nächsten Folge mit Reverend Swanson mal zusammensetzen und gucken, was der möchte. Ich bedanke mich bei euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.